Ich bin Professorin hier an der TU Berlin und wir beschäftigen uns mit Themen rund um das Internet. Ich finde es unwahrscheinlich spannend, dass wir im Internet eigentlich alle Protokolle kennen. Das Gesamtsystem, was sich daraus entwickelt hat, ist etwas, was wir nicht mehr verstehen. Es ist eine Technologie zum Anfassen. Jeder benutzt es, jeder will es haben und darum versuchen wir, das Internet ins Labor zu bringen. Meine Forschung wäre ohne mein Team nicht möglich und ich hoffe, ich kann Ihnen auch ein wenig zurückgeben an Möglichkeiten, wie Sie sich weiterentwickeln können.